Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich stelle euch heute den Giesenbergpark vor oder auch Familienpark Herne genannt. Das ganze befindet sich im Revierpark in Herne neben der Lagotherne und ist ein Freizeitpark mit Tivoli Prinzip. Das heißt ihr zahlt einen kleinen Betrag an den Eintritt und nochmal extra einen kleinen Betrag für die Fahrgeschäfte. Es gibt eine riesen Auswahl an Pflegefahrgeschäften, die ich euch jetzt näher bringen werde. Die Spielplätze sind natürlich kostenlos für die Kinder, wenn ihr den Eintritt bezahlt habt. Tivoli Prinzip halt. Waaaaaah! Waaaaaah! ha 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 ha. Wiiiiiieuiiihihihi Ha 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 ha! Es ist aber auch neu! Quesset суп put 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 put통 Und ist gleich, was hat er gesetzt? Es ist schon besser. Wee! 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 Da! Noch rückwärts! Okay, vorwärts. Ich bin wieder rückwärts. Ich komme da nicht dran. Danke! Hey! Hey! Rein! Wo willst du überhaupt hinbaggern? Noch mal so ganz nebenbei. Ich bin auf dem Kinderriesenrad. Danke! Na gut! Keine Ahnung, keine Ahnung. Mal so nur zum Verständnis gesehen. Das ganze Ding Das Ding ist bis 40 Kilo und man darf ja erst draufstehen ab 55 Kilo. Das heißt, ich mein Herz glaube ich, ich kann nicht springen, damit es runter geht. Weil ich einfach dafür zu leicht bin. Aber hey! Ich kann's wenigstens fahren! Läuft doch! So! Wie viel Schaden wollen sie haben? Ja! Kann ich hier reinsetzen? Das ist so ne beschissene Idee! Ich sag's dir! Ich lass dich einfach mal machen! Hi! Das ist immer hoch! Das ist hoch! Ich packe euch mal ne Webseite in die Beschreibung rein. Einfach draufklicken für nähere Infos. Ich hoffe euch hat's trotzdem gefallen. Und ihr mögt die Raupe hoffentlich genauso gerne wie ich. Ich hab mich schockverliebt. Ähm ja! Bis zum nächsten Mal!